Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und heute mal mit was kleinem, nämlich dem extra Weihnachtsset. Also etwas, wo man wahrscheinlich jetzt nicht wirklich in gewissensnöte kommt, als man sich fragt, nehme ich jetzt das oder doch den Liebherr-Bagger. Aber das ist wirklich etwas für Leute, die das Besondere lieben. Also sprich, die insbesondere sich irgendwas selbst bauen wollen und da einfach noch ein bisschen was Weihnachtliches brauchen und bisher in den letzten Jahren noch keinen Weihnachtskalender, also Adventskalender von Lego gekauft haben, dann ist das hier sicherlich ganz interessant. Aber damit dieses Video auch für alle anderen irgendwie interessant ist, gibt es auch noch gleich noch ein Gewinnspiel. Nämlich, das ist gleich doppelt so groß, ein Set mache ich gleich auf und zwei Tüten habe ich noch. Das bedeutet, zwei gibt es gleich zu verlosen, eine überhalte ich. Und dass das geht, liegt daran, dass sich um das hier das Ganze ein Rezensionsexemplar ist von Lego. Nett, dass sie gleich drei davon, wie gesagt, in die Packung gesteckt haben. Das, glaube ich, werden sie beim Liebherr, der immer noch nicht bei mir angekommen ist, übrigens nicht machen. Falls doch, ja, verlose ich da gerne zwei auch noch. Allerdings wird es demnächst auch noch große Verlosungen hier bei der Klemmbaustein Lyrik geben, weil ich habe tatsächlich über Lego die Möglichkeit jetzt gehabt, sagen wir mal so, doch recht große Sets und das in durchaus stattlicher Zahl zu bekommen. Und da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich die verlose. Wer eine Idee hat, ich hatte dazu ja auch schon mal Klemmbaustein Lyrik quick and dirty aufgerufen, der mag gerne coole Ideen, was man machen könnte, dann hier in die Kommentare schreiben. Apropos Kommentare, da kommen wir nachher noch zu. So, die zwei hier werden natürlich jetzt schön aufbewahrt. Und das eine, das machen wir auf. Vielleicht erst mal die Rahmendaten. Das, was wir hier drin haben, sind 32 Teile und das Ganze kostet 3,99 Euro. Und das sind Teile preis von über 12 Cent. Ja, ich sage ja, es ist eher was Besonderes. Und ja, wir schauen mal. Man ahnt vielleicht schon von der Verpackung, was drauf zu sehen ist, was vielleicht drin sein könnte. Aber wir machen hier quasi jetzt ein Live-Building mit vielen Kleinteilen, die wir hier sehen. Gut, wir fangen mal an mit etwas, was fertig ist, nämlich ein Hund. Ich glaube, das ist so ein Husky, den man auch schon oft hat. Ich sage ja, Adventskalender lässt grüßen. Und ja, der ist schön wie immer. Also schön mit dieser Fell-Darstellung. Ist aber aus dem ganzen Guss. Also da können wir wiegen und brechen. Da passiert bei dem nichts. Der guckt immer so, bewegt nicht mal den Kopf. Gut. Dann das Zweite. Das sind diese klassischen Tannenbäumchen hier. Steht nicht drauf, dass die aus Nichtöl sind. Also keine Ahnung. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall grün. Ja, Tannenbaum. Nie verkehrt zu Weihnachten. Was müssen wir auch nicht bauen? Das sind diese goldenen hier Elemente. Ja, Zaun. Man möchte natürlich auch gern mal zu Weihnachten alleine sein. Das ist schön, einen goldenen Zaun, um seinen Weihnachtsbaum zu setzen. Oder damit der Hund nicht wegläuft. Das kann natürlich auch sein. Dafür reichen aber nicht zwei. Da empfehle ich dann das Gewinnspiel. Dann hat man die Chance, vielleicht noch zwei weitere zu bekommen. Ach, sieh an. Da ist sogar eine Anleitung. Damit ich weiß, wie denn der Husky hingestellt wird? Oder? Nee, wir können noch was bauen. Ach, wie schön. Gut. Nee, das machen wir dann auch mal gleich. Nämlich, wir bauen eine Zuckerstange, ist das glaube ich nicht. Also wir machen da jetzt einfach mal was Weißes drauf. Dann noch was Rotes. Und Mensch, das geht aber auch schnell. Da habe ich beim Millennium Falken aber deutlich länger gebraucht. Und schon, sieh an, haben wir hier was falsch gebaut. So, eine Zuckerstange. Und da machen wir jetzt noch was Grünes dran. Auch dieser Kranz, sehr oft schon bei Lego dabei gewesen. Bitte nicht wieder wählen. Und zack, fertig. Ja, siehste, ist so, wie es ist. Ne? Wäre ein ganzes Tütchen normalerweise bei der, beim Weihnachtskalender. Was haben wir hier noch? Ach so, wir können Geschenk bauen. Aus drei Teilen. Und schon hat man was für Oma. Ne? Also, so schnell ging es nicht mal früher in der Schulzeit, wo man die Geschenke noch in der Klasse gebastelt hat. Oder im Kindergarten. Das war einfach da. Da muss man sich nichts denken bei, sondern konnte einfach was malen im Kindergarten. Und hatte Praxis schon was vorbereitet. Ne? Jetzt muss man mal selber was ausdenken. Das ist vielleicht also nervig. Oder eben, man nimmt die Set und sagt sich, klein aber fein. Ne? Wir wollten uns ja nichts schenken. Dann giftet eben hier so was. Ja. Also, ein kleines Päckchen. Und was haben wir noch, was wir nicht bauen müssen? Hier so eine Zipfelmütze. Hätte ich beinahe gesagt. So eine kleine Elfenmütze, glaube ich, wird sie beschrieben. Ja, könnte auch, wenn man so direkt drauf guckt, der sprechende Hut sein. Aber ist, glaube ich, einfach nur eine Mütze. Fehlt die Minifigur dazu. Ja, das ist so, ne? Das haben wir bei Lego ja nun öfter schon gehabt, dass Minifiguren einfach mal in so einem Set nicht drin sind. Aber nicht ganz. Außer, dass wir hier noch Schneeschuhe haben. Die haben wir hier. Ne. Wir können auch noch einen, das werden wir jetzt hier mal machen, einen Schneemann bauen. Oh. Also mit wenigen Teilen. Und dann hier noch die Ärmchen ran. Ups. So. Und schon ist der auch fertig. Was, glaube ich, tatsächlich ganz so häufig ist, es sei denn, man kauft sich das aktuelle Winterset. Hier so ein weißer, damit also schneebedeckter Ast. Und den können wir noch ein bisschen mit Eis hier versehen, indem wir hier noch was drauf machen. Und was ich ja auch sehr schön finde, diesen Kranz hier. Also dieses, ja, also diese Eiskristalle hier in groß. Ja, dann sind wir auch schon durch. Mehr war es nicht, oder? Nö. Ja, Isaiah. Special Interest. Ne? Also, wer wirklich diese Sachen noch nicht hat und es irgendwie dringend braucht für sein Weihnachtsensemble, dass man sich irgendwie baut, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Das ist ja sowieso die Idee der Extrasets. Und die sind ja nichts, wie gesagt, dass man sich irgendwie weiwünscht zu Weihnachten, sondern die braucht man. Und da muss man natürlich auch durchrechnen, das, was man davon braucht. Lohnt sich das für den Preis oder reicht mir nicht die drei? Braucht einfach hier den Schneemann. Und dann ist es, glaube ich, günstiger, die Einzelteile zu bestellen, als jetzt das ganze 3,99 Set da sozusagen mitzunehmen. Andererseits, man kriegt mehr als bei einer Minifigur. Also eine Minifigur, man muss es ja immer schön irgendwie schön reden. Eine Minifigur mit ein bisschen Zubehör kostet auch 3,99. Ja, genau. So, das war also die Vorstellung davon. Damit nochmal vielen Dank an Schlinghoff für das Rezensionsexemplar. Und jetzt geht es an die Verlosung. Hier, zwei weitere davon hätten wir noch. Also da ist doch die Weihnachtsfreude quasi vorprogrammiert. Und wie machen wir das Ganze jetzt? Und zwar, der eine oder andere weiß es vielleicht noch gar nicht. Die Klemmbaustein Lyrik hat auch einen Instagram-Account. Ja, da muss man einfach nur auf Instagram gehen und nach Klemmbaustein Lyrik suchen. Oder alternativ, hier in der Videobeschreibung bei YouTube unten in die Beschreibung klicken. Und dann gibt es dort ein Video, wo ich diese Einzelteile nochmal kurz auch einmal abfilme. Unter diesem bitte einfach einen kurzen Kommentar lassen. Das reicht. Und dann wird einfach ausgelost. Und zwar eine Tüte. Und die andere geht an die Kommentatoren unter diesem Video. Ich rechne da jetzt nicht mit großen Massen. Das ist schon okay. Muss sich keiner genötigt fühlen. Insbesondere muss sich keiner. Deswegen mache ich das nämlich auf beiden. Insbesondere jetzt irgendwie zu Instagram zu gehen. Was natürlich Facebook ist. Und gut, YouTube ist auch nicht besser. Aber wer sich sagt, da will ich mich auch noch anmelden, weil ich diese geile, geile Tüte haben will, dann muss er es nicht. Nee. Er kann auch hier kommentieren. Also eine Tüte bei Instagram, eine Tüte bei YouTube. Abonnieren muss man übrigens nicht. Nur kommentieren. Das sei nochmal gesagt. Wer kann aber natürlich abonnieren. Das schadet nicht. Und niemand wird dafür irgendwie weihnachtlich bestraft. So. Gibt es keine Route. Zwei Dinge habe ich noch vergessen, die ich erwähnen wollte. Nämlich einmal fiel mir jetzt plötzlich noch auf. Da fehlte noch ein Teil, das ich nicht vorgestellt habe. Der Sack. Ja. Da sollen wahrscheinlich die Geschenke drin sein. Kein Weihnachtsmann in Sicht. Kann also einfach mitgenommen werden. Ja. Das ist dann eine Fundsache. Nach zehn Jahren gehört es einem. Wenn man gutgläubig ist. Das ist das eine. Und wenn wir schon bei juristischen Themen sind. Das zweite. Die Bedingungen. Die Gewinnbedingungen. Die wollte ich natürlich noch sagen. Dass erstens der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Zweitens. Bitteschön. Nur Leute teilnehmen, die mir eine Adresse nennen können, wenn sie gewonnen haben. Nicht vorher. Sondern erst, wenn ich sie dann anspreche, anschreibe. Dann eine Adresse nennen können, die in Deutschland liegt. Damit die Portokosten sich einigermaßen Grenzen halten dürfen. Mitmachen. Und ja. Ansonsten entscheidet, wie gesagt, das los. Und dieses wird entscheiden nach zwei Wochen. Nach Erscheinen dieses Videos. Und dann werde ich das hier in den Beschreibungen jeweils bei Instagram und bei YouTube nennen, wer denn gewonnen hat. Die Verlosung erfolgt tatsächlich rein nach dem Zufallsprinzip. Ja. Das war's. Mehr bleibt dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Viel Glück. Wie gesagt, Daten werden nicht gesammelt. Das heißt, nur die von dem, der gewonnen hat. Und nachdem ich das verschickt habe, wird es auch sofort alles wieder gelöscht. Ja. Bis bald. Und tschüss.